Da mach ich nur Doppelkisten aufs Holz. Ist egal... So.. So heftig die Blazers... ne? Steffiolo! Mhm Da hast grad ein Feuerball geflogen gekommen zu dir. Feuerball... Fireball! Systems So Sagst du das Ding ist schon wieder leer? Ich es ja was wohl ja ja habe ich aber abgeklemmt ich habe daneben kabel reingetan die kiste tipp mal wenn du das kabel da reingetan hattest so meine freunde jetzt pumpt raus wie die wilden mit wieder arbeiten können ja okay das läuft nicht läuft und das läuft noch später paar mehr anpacken wo habe ich das nachher das war ja eine kiste das weg der läuft hier ja da war ja lehrt das mikroskop auch hier ist noch so lehrt den solar generat auch noch hier dran nein wie das geld köpfe und das müssen wir den wäser auch noch ärgern ja müssen wir auch noch das stimmt die hose ich habe mich noch gar nicht weiter kümmern unten weiterzumachen bei den bärbinen phantom dinge phantom lenktemper tue ich da mit rein das was macht die karte eigentlich ist da was drauf ist da nix drauf achso jetzt generiert das jetzt weiß ich nicht nein oh das ist blöd was andere könnte mir gefallen so dann haben wir das auch kann eigentlich noch ähm essen ähm 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 soo jetzt nehmen wir noch die Pipes und die Pipes und die Pipes und die Pipes und die Pipes müssen alles irgendwo hin da rein wir haben noch mehr von den ME Cabern jetzt na nice hm wie mach ich das denn hier ich mach gleich noch mehr Kür und Schweine ich hab ja jeweils drei Eier bekommen ab okay da kann ich auch nicht hier in place n shit wir müssen die Kür mal so langsam wieder töten mach machst du schon äh ich hab keine Lust ja dann ist es auch nicht so schlimm fünf Minuten halt ist es ich geh nochmal runter okay kümmer dich mal um um für das Legendary Back holen ja aber mir klar dass du das haben willst weil du ungierig bist aber kaum bist du hier weg sind die Plays auch hier weg ne na gut dann spawnen sie nur wenn du in der Nähe bist oder wenn ein Player in der Nähe ist kennst du ja ja ouch okay ich guck aufs lass wieder weiterlaufen hm ja beschießt mich mal hier lecke du musst auch nochmal umhindern hier ich treffe mich nun nicht die roten aber ich habe auch feuerresistenten dran genommen na gut die sind doch gut bin ich mal am Arschdecken gerade so das ist geil die fucken dich die ganze Zeit an dir passiert nichts what the fuck ich bin fast runtergeflogen oh mein Gott ja genau du findest das wieder cool das war mir klar ich find das alles cool wenn ich sterbe vor allem das ist ja das einzige was die Blaze können Feuer schießen Feuer spielen what the fuck warum muss das so tief da runter gehen warum du näherst du näherst auch hm wie ne ich das denn jetzt ich kann die jetzt einfach so flachten ach ach so warte mal das kann ich hier so ändern Autsch ich nehme ich das einfach ja aber wenn die dich einmal irgendwie zurückstoßen dann nimmst du Schaden ach zurückstoßen ach zurückstoßen ach zurückstoßen warte mal komm ich geh mal wieder raus ich weiß nicht wo noch mehr Kisten sind deswegen an der Wand ist noch eine ja da sind überall noch Rächer ja da sind überall noch Rächer so alles einsammeln super das wird alles runter fliegt hopp hopp hm dann würde ich sagen eins zwei drei vier 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 reichen und hier machen wir die chest hin oi fuck kein Platz mehr zack 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 ding kann weg vielleicht wenn am mindesten ein place vorne noch ist also das machst du schon vertraue ich dir ja das weise nicht ich das denn ja wenigstens nicht hier muss ich noch stromkabel noch zwei stromkabel besten hat ich hast du dir die mit stone hat aber viel gebracht ist auch nicht ich bin nie wieder raus ich habe schneller keinen platz mehr was machst du denn da immer oder reißt du da alles raus oder reißt du da alles raus aus den wänden es geht ne das kommt durch das kisten leeren ach so ist ein plan aber normalerweise müssen wir das ganze ding ja einfach so auseinandernehmen normal musste kommt wirklich jedes gebiet jedes ding auseinander nehmen flüte pfeil ist bei ihnen gerade frage gerade ist man will ich noch mehr kabel ach nee das tut mir leid in dem moment dass du getroffen blick zurück das war mein körper man kann keine zusammenpacken okay hier sind enderpellen drin shit blaze wards ist das mit chestnut point ok also brauch ich ne lead wir kommen damit zwei lead ein glass und 6 star von hoffentlich haben wir zweimal lead weißt du das haben wir jetzt zwei mal lead damit haben wir nur ich glaub ja die benutze ich mal noch vier stück haben aber ich brauch nur zwei ja mach mal ich brauch schon wieder zweimal glas oh glas glas äh ich brauch mich grad quer durch die gegend hier noch einmal glas brauch ich noch nd ich äh ich Vielen Dank.